Moin und herzlich willkommen und zu heutiges Thema Canva, Text-to-Image-Generator. Heute geht es um das Thema AI, also künstliche Intelligenz, und um das Thema Text-to-Image. Was bedeutet das genau? Text-to-Image bedeutet, dass du quasi der künstlichen Intelligenz einige Vorgaben machst, dann noch einen gewissen Stil auswählen kannst und diese daraus dir verschiedene Bildvorschläge erstellen. Und das Ganze geht mittlerweile auch bei Canva. Ich denke, Canva müsste den meisten Leuten bekannt sein. Wenn nicht, solltet ihr unbedingt euch einmal einen Account bei Canva machen. Der ist komplett kostenlos, wobei ich euch natürlich für später dann die Pro-Version empfehlen würde. Ich verlinke euch auch einmal den Artikel zu dem AI-Image-Generator in der Beschreibung und auch zu Canva. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Beispielsweise hier bin ich jetzt in Canva und dann kann ich hier unten dann auf Apps gehen. Seht ihr das? Ganz links. Klicke hier drauf. Und hier wird mir jetzt auch schon vorgeschlagen. Ich kann danach aber ansonsten auch noch suchen, beispielsweise Text. Kriege hier Text-to-Image. Und dann steht hier noch ein bisschen was in die App. Tipp einfach ein, was du sehen möchtest und sieh zu, wie es zum Leben erwacht. Und dann kannst du auf Verwenden klicken. Jetzt siehst du, was passiert. Das wird hier unten direkt, sag ich mal, hinzugefügt zu deiner Seitenlast. Das heißt, hier siehst du auch schon, habe ich sowas wie Pexels und Pixabay schon, beispielsweise Logos. Und hier habe ich dann Text-to-Image. Das Ganze könntest du ansonsten auch wieder löschen, wenn du auf den X-Button klickst. Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht. Hier steht, beschreibe Objekte, Farben, Orte, Umgebung, Personen und so weiter. Ich werde anfangen mit Englisch, weil es auch in einer Beschreibung drinsteht. Aber lass uns einfach später auch einmal Deutsch probieren, mal schauen, was dabei rauskommt. Jetzt schreibe ich zum Beispiel, ich möchte gerne Elon Musk haben als Marvel Superhero Space. Also ich gebe dem Ganzen so ein bisschen, so ein paar Wörter und, sag ich mal, ein paar Tipps dazu, was er mir erstellen kann. Hier siehst du auch ein paar Inspirationen, auch schon auf Deutsch. Insofern müsstest du es mittlerweile auch sehr gut in Deutschland. Bisher hatte ich es immer nur auf Englisch genutzt. Hier könntest du einen Stil wählen. Wenn du es freilässt, erstellt er dir jetzt einfach so, wie du es dann dort natürlich eingegeben hast. Ansonsten könntest du sagen, ich möchte gerne ein Foto, eine Zeichnung. Das können wir gleich mal ausprobieren. Eine 3D-Grafik, ein Gemälde, ein Muster haben, beispielsweise sowas wie ein Wallpaper und Konzeptart. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir wählen jetzt einfach mal, wir möchten jetzt gerne das Ganze einmal als Foto haben. Bild erstellen. So, jetzt geht es los und du siehst, du kriegst dann hier vier Vorschläge, dann präsentiert. Und davon kannst du dir dann beispielsweise einen auswählen oder alle. Du kannst aber natürlich auch nochmal anfangen und das Ganze dann nochmal dir anschauen. Wir gucken jetzt, es dauert natürlich ein kleines bisschen, bis das Ganze dann fertig ist. Schauen wir mal. Da werden die ersten generiert. Sehr gut. Hier haben wir schon mal die ersten. Und hier haben wir beispielsweise eins, dann kannst du es natürlich nehmen und dann direkt hier beispielsweise reinpacken. Hier hätten wir dann den guten Elon Musk als Superheld. Hier so ein bisschen in so einer Wallpaper-Optik. Zum Beispiel könnte man es dann so machen. Einmal langziehen und dann hätte man ihn dort schon. Wir können aber natürlich auch das hier nehmen, was eigentlich schon ziemlich cool aussieht. Auch hier, ne? Du könntest den ganzen Bildschirm ausfüllen. Du könntest natürlich aber auch nur einen Teil beispielsweise wie hier ausfüllen. Dann könntest du daneben noch ein kleineres hiervon beispielsweise setzen. Du könntest es dahin ausfüllen. So zum Beispiel. Dann hättest du hier auch noch einen anderen Look, sage ich mal. Und das Ganze könntest du natürlich auch noch später bearbeiten mit dem Foto-Effekt. Jetzt lass uns mal anfangen, neu anfangen. Das Ganze lass uns jetzt mal Steve Jobs machen. Der sitzt in einem Chair, also in einem Stuhl, Pop-Art, Warm, Books, iPad, Apple-Logo. So und dann können wir zum Beispiel mal sagen, das Ganze möchten wir jetzt als Gemälde haben. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Also hier haben wir schon mal den guten Elon Musk. Schauen wir mal, einmal weg damit. Was dort dann quasi uns präsentiert wird. Natürlich weist uns nochmal darauf hin, dass das natürlich auch eine gewisse Zeit dauert, aus diesen ganzen Vorstellungen etwas zu erstellen. Aber lass uns mal gucken, was dabei rauskommt. Schon ziemlich abstruse Sachen, wie ich finde, in dem Ganzen. Hier hätten wir dann beispielsweise Steve Jobs selber als Gemälde. Ihr seht, dort zum Beispiel. Dann haben wir einmal hier etwas so ein bisschen mehr wirklich in der Pop-Art, ne? Hatte ich ja auch gesagt. Schauen wir mal. Wir können es aber auch nochmal ein bisschen umschreiben. Vielleicht Pop-Art rausnehmen. Dann nehmen wir mal Concept-Art beispielsweise. Hier haben wir dann auch ein Apple-Logo. So, ich sehe auch gerade bei Apple, habe ich mich auch noch verschrieben. Wunderbar. Das macht es natürlich noch etwas schwieriger. Wir fangen mal nochmal neu an und sagen, okay, das ist unser ganzes Warm-Books-Ipad-Apple-Logo. Pop-Art nehme ich mal einmal raus. Mal gucken, was dann passiert. Das Gute ist auch, also wenn du es mehrmals generierst, es kommt auch wirklich immer was anderes bei raus. Also es sieht wirklich immer komplett anders aus. Lass uns mal schauen, was wir hier gleich bekommen. Wie gesagt, in der Zwischenzeit, du hättest dann die Möglichkeit, zum Beispiel noch Filter drüber zu legen. Zum Beispiel könntest du das Ganze noch in einem komplett anderen Filter dann nochmal machen, auch zu bearbeiten. Du siehst hier zum Beispiel vielleicht auch eher so ein Kältere Farben oder das Ganze so ein bisschen im Retro-Look zu haben. Kannst du einen Zweifarbenton machen. Und da finde ich, sieht das Ganze dann schon wieder extrem cool aus eigentlich. Fresco. Okay. Bildstörung können wir auch machen. Siehst du das Ganze einmal. So, wir bearbeiten wieder weg. Und da kommen jetzt die Nächsten. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Hier haben wir dann wirklich mehr in Richtung iPad das Ganze. Apple-Logo kann ich so jetzt nicht finden. Steve Jobs ist auch sehr schwer erkennbar. Müsste man einfach mal schauen. Lass uns einmal nochmal gucken. Vielleicht probieren wir einfach auch mal so ein deutsches hier. Und schauen wir mal und machen das Ganze mal als Zeichnung. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ich gehe gleich auch nochmal so ein bisschen auf die Nutzung ein. Ich hatte mich hier auch schon mal ein bisschen eingelesen. Also, das ist noch in der Beta-Phase. Also, ist gerade, jetzt sage ich, es gibt es jetzt schon einen Tick länger. Aber wie gesagt, man kann es gerade testen. Hier steht dann nochmal beschrieben, wie man es auf dem Computer oder auf dem Handy startet. Wozu kann ich es beispielsweise verwenden, steht hier auch nochmal. Zum Beispiel für Marketing-Assets, Texteingaben, Brainstorming, Inspirationen. Dann siehst du auch einmal, welche Einschränkungen gelten für Text zu bilden. Du kannst pro Tag bis zu 100 Bilder erstellen. Was ja schon mal, denke ich, absolut ausreichend für die meisten von uns ist. Lediglich die Eingabe von Text ist erforderlich. Detaillierter deine Vorgaben sind, desto besser wird das Ergebnis. Am besten funktioniert es mit spezifischen Stichwörtern und Ausdrücken. Hier steht auch nochmal, was auch sehr interessant ist. Diese Frage ist, glaube ich, noch lange offen und auch teilweise im Graubereich. Wer ist denn der Urheber von KI-generierten Bildern? Derzeit machen wir für Bilder, die du mit Text zu Bild erstellst, keine Urheberrechtsansprüche gelten. Camper betrachtet dich als Eigentümer der Bilder, die du mit Text zu Bild erstellst, sofern du dich an unseren Bedingungen hältst. Die Bedingungen kannst du hier quasi dann auch nochmal sehen. Gehen wir hier nochmal rüber. Das sind dann die sogenannten Magic Studio Terms. Und dann steht hier einfach, be a good human. Das heißt, dass du es halt nicht für irgendwas Schädliches verwendest oder halt keine Dinge damit fälscht, all solche Sachen. Also hier ist dann nochmal eine Legal Notice, aber wie gesagt, auch hier relativ weit offen. Also so, wie es sich hier liest, kannst du es eigentlich quasi fast für alle deine Bilder verwenden. Und das ist, ja, sage ich nochmal schwierig, weil das ist eine der größten Fragen, wem diese Bilder überhaupt gehören, wer die Credits dafür hat und wie man das Ganze dann später auch einbinden muss. Was schon mal gut ist, dass bestimmte unsichere oder schädliche Bilder gemeldet werden können. Das ist schon mal immer eine gute Funktion, sage ich mal. Und hier haben wir dann nochmal, schauen wir mal, wie weit unsere Bilder sind. Da haben wir den Panda. Super. Und dann könnten wir wirklich sagen, hey, klasse, wir wollen einmal den Panda. Wir wollen diesen Panda. Der könnte hier auch so hinterkommen quasi. Nehmen wir den diesen mal wieder weg. Du siehst, also die Panda-Bilder sind schon mal weitaus besser teilweise geworden, als die, die ich vorher generiert hatte. Aber wie gesagt, das ist ja alles reine Übungssache und auch so ein bisschen ausprobieren. Also wenn du hier auf mehr generieren klickst, dann gibt er dir einfach nochmal andere Dinge von deiner bisherigen Suchanfrage auch in diesem gleichen Stil aus. Schauen wir uns so lange das hier nochmal an. Hier gibt es nämlich nochmal ein paar gute Sachen. Also hier siehst du auch schon mal so ein paar schöne Beispiele von dem Ganzen. Hier siehst du dann nochmal so ein bisschen, wie es funktioniert. Also du findest keine passenden Bilder für dein Design. Und ich denke, gerade dafür ist wirklich Text-to-Image sehr gut, obwohl es teilweise natürlich noch sehr abgefahrene, abstruse Bilder generiert. Aber natürlich müssen wir auch von unseren Briefings dann besser werden in den Beispielen und genauer beschreiben. Aber sicherlich kennst du das Beispiel auch, dass du unendlich Bilddatenbanken durchscrollst oder in Bilddatenbanken suchst und einfach irgendwie überhaupt nicht das passende Bild findest, was du eigentlich so im Kopf hast. Aber auch hier fairerweise sei gesagt, meistens suchst du ja Bilddatenbanken oder allgemein, meistens auch nur mit sehr wenig Begriffen. Also da verwendest du bestimmte Tags, aber meistens nicht so ausführlich. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Unterschiedliche Stile hatten wir eben gesehen, dass du hier aus verschiedenen Stilen, sag ich mal, auswählen kannst. Dann hast du dann den Foto-Editor, den ich dir vorhin nochmal gezeigt habe, wo du dann Bild in Bild auch bearbeiten kannst und verschiedene Filter und Effekte drüberlegen kannst mit dem Ganzen und hier steht dann nochmal, wie das Ganze funktioniert. Also die Text-to-Image-App, die fügst du hinzu, klickst auf Verwenden, dann erstellst du die Bilder aus dem Text, kannst dann halt deinen Style, sag ich mal, auswählen, den Stil und dann kannst du beispielsweise auch Design-Elemente aus der Medienbibliothek selber hinzufügen, Sticker, Illustrationen und Rahmen hinzu. Also das Ganze kannst du dann natürlich auch kombinieren mit den Dingen, die bei Canva angeboten werden. Hier habe ich mir auch schon mal so ein bisschen das durchgelesen, also wie die generiert werden. Dieses hier ist eigentlich relativ sinnloser Text, was da drin beschrieben wird. Hier allerdings, äh, warte, hier steht nochmal, also für privat und kommerzielle Zwecke ist absolut kein Problem, egal ob du es privat oder kommerziell verwenden willst, allerdings solltest du natürlich die Nutzungsbedingungen einhalten, auch da, wie gesagt, Verwendung auf eigene Gefahr, da müsste man immer gucken, weil es gibt eigentlich noch gar keine wirklich klaren Regeln dazu. Welche Regeln, wenn ich Text-to-Image nutze, sei gut zu anderen, ne, ich bin gut Human auch beispielsweise und, ähm, wer ist Urheber von KI-generierten Bildern? Da steht auch nochmal, diese Frage lässt sich leider so leicht jetzt nicht beantworten. Ähm, auf das Urheberrecht behandelt werden, ist nicht abschließend geklärt und kann je nachdem, in welchem Land du lebst, variieren, was ja durchaus auch stimmt, also überall hast du dann auch teilweise eine andere Rechtsprechung. Es gibt einige, die sehen es etwas lockerer, es gibt andere natürlich, die wollen das schon sehr genau auseinander differenzieren, sage ich mal. Ähm, hier siehst du auch nochmal die Moderation. Ich hatte irgendwo auch nochmal in dem Text gelesen, welches Tool Canva selber dafür verwendet. Ähm, wo haben wir das denn? Ähm, hier steht natürlich, dass dann halt das Modell Millionen von Bildern im Internet samt zugehörigen Text scant und dann die Algorithmen den Trend in den Bildern und Texten erkennen und ermitteln so, welches Bild zu welchem Text passt, ne, also so wird dann diese Zuteilung gemacht, welches ist der beste Image-Generator, wie gesagt, da hatte ich nichts gefunden, aber ich hatte hier irgendwo noch, bin ich der Meinung gelesen, dass es sich um, äh, das Tool Stable Diffusion handelt, was du natürlich auch selber so im Netz nutzen könntest, aber in Verbindung mit Canva es natürlich noch weitaus mehr Sinn macht, weil du dann natürlich gleich die Verbindung dazu hast, ne, weil du es dann direkt wunderbar verknüpfen kannst. Hier siehst du, dann hat er nochmal komplett andere, äh, generiert, wir können ja nochmal ein anderes Beispiel machen, ich schaue mal, ähm, lass uns mal sagen, Miami-Weiß, Godfather, Cigar, Pool, Sunset, ähm, was könnten wir noch sagen, lass uns die mal probieren, wie das Ganze aussieht und das, wir hatten jetzt ein Foto, wir hatten eine Zeichnung, glaub ich auch schon Gemälde, wir können das Ganze mal als 3D machen, können dann mal schauen, was er uns daraus zaubert, bin ich mal gespannt, also wie das Ganze dann aussieht. Er sagt, hier haben wir dann den Pane und man könnte ihn dann natürlich noch mit anderen Dingen, beispielsweise aus Canva kombinieren, dass du Text hinzufügst oder andere Elemente oder aber auch ein komplettes Design übernimmst und das dort mit reinkopierst, dann müsste man einfach mal schauen, wie das Ganze aussieht so, jetzt sind wir hier mit den, das sieht schon sehr cool aus, also so hatte ich mir das auch ungefähr vorgestellt, schauen wir mal, schauen wir mal hier, so, können wir so machen, okay, die Cigar fehlt noch, vielleicht hätte ich dann, teilweise ist glaube ich auch besser, halt weniger Suchbegriffe und dafür dann halt genauere Tags zu verwenden, dann beispielsweise das Ganze die anzugucken, aber dies hier zum Beispiel sieht schon mal sehr geil aus, also das gefällt mir. So, und dann hatte ich letztes Mal noch probiert, vielleicht komme ich da jetzt noch drauf, wir gucken, Zelda, Like, Landscape, Forest, Magic. Lass uns mal schauen, dann könnten wir, wir können ja einfach mal auf, überrasch mich machen, mal gucken, welchen Stil Canva selber auswählt. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie eine Landschaft hinbekommen, die beispielsweise wie aus dem Nintendo-Spiel Zelda ähnlich aussieht, wo wir irgendwie einen Wald wieder finden und der auch so ein bisschen so eine magische Umgebung ist. Gucken wir einfach mal, schauen wir mal, was wir da bekommen. Ja, das ist sehr gut, also die, die ersten beiden, diese beiden jetzt hier gefallen mir nicht so, also das ist nicht das, was ich mir wirklich vorstelle, aber diese beiden kommen dem schon sehr nah, wo ich sage, ja genau, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier so eine, sage ich mal, Landschaft von Zelda beispielsweise ist. Schauen wir mal, so. Wenn du hier guckst, so, haben wir das Ganze. Oder auch hier, können wir noch mal einen mehr generieren, machen, also laut Canva, ich konnte es jetzt auch nicht erkennen, du musst einfach mal gucken, also ob es in der Free-Version, weil bei anderen Tools ist es so teilweise, dann Einschränkungen gibt, also dort stand wirklich nur, dass du es für 100 Bilder am Tag nutzen kannst und das startet dann jeden Tag wieder neu und dann könntest du einfach mal schauen, wie du das Ganze für dich natürlich verwendest. Ich denke auch, also es hilft auf jeden Fall auch teilweise für interne Präsentationen oder auch Präsentationen, beispielsweise B2B oder sowas, aber natürlich auch zum Thema Brainstorming und vielleicht hilft es auch wirklich einfach mal, solche Dinge auch vielleicht in einem Layout so einzufügen, wo man dann, sage ich mal, früher sonst immer Beispielbilder irgendwie gesucht hat, Stockfotos dann irgendwie verwendet hatte oder vor einigen teilweise dann einfach nur geschrieben hatte, Banner und dann war da gar nichts drauf, also dafür könnte man es durchaus gut nehmen, einfach, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie so ein Bild aussehen könnte, was für eine Größe das Ganze hat und ich denke mal, auch dies hier finde ich sehr cool, schauen wir mal dieses hier uns an, ein bisschen größer das Ganze, so, schauen wir hier mal her, das sieht auch sehr gut aus. Das sind schon sehr, wie gesagt, man muss da ein bisschen rumprobieren, immer mal testen und einfach mal schauen, wie das Ganze so hinkommt. Auch so ein bisschen noch sein, sage ich mal, die Suchanfragen dann verbessern. Ich hatte jetzt auch relativ wenig hier drin, eigentlich als Angaben und vielleicht könnte man noch mit einigen anderen Zusätzen auch nochmal was ganz anderes erschaffen und durch dies mehr generieren und so kannst du natürlich immer nochmal auch schauen, ob es dann so wirklich mehr deinen Vorstellungen entspricht oder ansonsten müsstest du einfach nochmal neu anfangen. Du kannst das Ganze ja hier auch dann dir beispielsweise kopieren, kannst es vorne wieder eintragen und könntest dann noch einige Zusätze machen oder Dinge dann weglassen. Das war es von mir. Viel Erfolg beim Generieren deiner Bilder und viel Erfolg bei der Marketingkampagne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.